Ich glaube gar nicht wie schön das gerade für mich ist. Das kann ich so gebrauchen. Das macht lebendig. Aber hallo. Also es wird so ein bisschen düster. Ihr könnt das sehen. Das ist so ungefähr. Und wie man unschwer erkennen kann. Das Licht. Und dann kommen hier die dicken Smart Gewitter. Gehört mit zur Natur. Zu den Elementen. So ein bisschen hat die Kamera zu kämpfen mit dem komischen Licht. Aber irgendwie hat das was. Also das ist Osten. Da ist keine Sonne. Dementsprechend... Oh, da sieht man richtig wie die Folgen rüber düsen. Moin. Tschüss. Der eine so und der andere so. Ich finde das total schön. Deswegen wollte ich euch das einfangen. Auch etwas was ich sehr gerne mag. Guckt euch das mal an wie schön das aussieht. Schon sehr spannend die Wolkenbilder. Das tut der Seele gut. Ich bin noch barfuß unterwegs. So sieht es ja aus. Sind alle gerade ausgeflogen. Ich bin der letzte hier. Das sieht so cool aus. Dabei ist ja echt keine Sonne. Ich gucke auch aufs Handy. So ein bisschen was macht das Handy. Natürlich so filtermäßig. Aber ich finde es wunderschön. Und an guten Tagen darf ich die Welt auch so betrachten. Und an guten Momenten wie diesen. Okay. Schauen wir mal, wie das Handy mitmacht mit dem Regen. Ach, das geht. Da könnte man Bilder von meinen. Das sieht aus wie ein Gesicht. Hallo. Das ist ja cool. Das passt gerade. Noch ein bisschen. Jetzt habe ich keine Kraft um die Tür aufzumachen. Soll ich aber mal nach hinten. Jetzt wird das doller. Das ist so schön. Barfuß Regen. Ein bisschen Gewitter. Richtig düster hier hinten. Was ist das? So dunkel ist das. So sehr hat sich das Auge angepasst, dass die Kamera sagt, darf ich so überblenden. Also auch für mich ist es hell, aber die Kamera, die übersteuert die Helligkeit. Da macht die ein bisschen was. Ich dachte mir einfach vom Gefühl her, das wird schon vorüber gehen und ich kann hier auch ins Trockene nicht reinsetzen. Und danach wird das bestimmt wieder schön. Dann ist der ganze Garten hier alles für mich allein. Ich habe meine Ruhe. Keinen Stress. Ah, jetzt geht's los. Okay. Ein andermal. Oh man, schöner Ausblick von hier. Den kennt ihr gar nicht. Obwohl, irgendwann war ich hier schon mal. Gerade war richtig was los. Hat's ja geblitzt. Oder? Ja. Du bist gemacht. Ich habe ein paar Fragen, die ich schon immer noch rauskommen bin. Du bist die Frage, die ich schon mal rauskriege. Ich habe dich, was ich gerade zu Hause, war richtig. Ich habe ihn durchlaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.